Und willkommen zu einer weiteren Folge Frostpunk. So, wir haben leider ein Problem, es werden immer mehr Leute krank. Müsste ich mir nochmal ein Pflegehaus quasi bauen? Warte mal. Mal eben schauen, hat das dieselben Ausmaß wie seine Baracke? Nee. Ich könnte es trotzdem hier hinbauen. Machen wir nochmal ein Sanitätshaus, damit die Leute geheilt werden, also gepflegt werden können, geheilt werden können. Wird sich ja auch an. Das Wirtshaus ist da. Sehr schön. Wie warm oder wie kalt ist denn das? Okay, wir machen es auf jeden Fall ein. Das Wirtshaus wurde gebaut, sehr schön. Wir können eh nur maximal fünf arbeiten, ne? So, und dann haben wir jetzt wieder auch Kinder über, wahrscheinlich. 20 Stück, ja. So, gleich ist es um 8. Ist das dauerhaft zu... Zu kalt, oder? Ist dauerhaft zu kalt, ja? Speisehaus. Wir bräuchten hier noch, äh, 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 ein Dampfer. Pass auf, das machen wir auch. Ähm, ein Dampfer kostet, 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 kostet 20 Stahl, okay. Wir warten nochmal ganz kurz, bis wir 20 Stahl haben. Hier ist irgendwo eine Entscheidung. Oder? Hä? Okay, die haben ihre Arbeit aufgenommen. Hier wird, was wird hier noch? Also, das wird das Sanitätshaus. Ähm. Wir haben eigentlich sehr viel Nahrung da, ne? Da kann ich noch nicht, schade. Aber warum habe ich trotzdem 20 hungernde Menschen? So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz Pause machen. Und zwar, ich will ja sein Dampfzentrum bauen. Äh, das gibt es da. Ich denke mal, der Umkreis wird irgendwann nochmal besser werden. Das heißt, ich würde den gerne hier irgendwo hinbauen. Dazu werde ich aber erstmal eine Straße benötigen, irgendwie. Warum geht das nicht? Hä? Äh, Quatsch. Warte, 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 warte. Haben wir gleich, haben wir gleich, haben wir gleich. Warum darf ich hier keine Straße hinbauen? Oh, das würde gehen. Dann mache ich hier so eine Straße hin. Und dann mache ich jetzt einen Dampfer, warte mal. Ähm. Halbwegs austarieren. Ich denke mal, so. Na? Bauen wir hier noch einen Dampfer hin. So, dann können wir mal wieder Play machen. So, das Ding ist fertig. Da können wir mal die anderen beiden reinstecken. Ja, dann können noch ein paar, äh, aufgenommen werden. Okay, es werden immer mehr, die frieren. So, die kommen in einer Stunde. Dann kommt dann wieder ein Haufen Leute. Und wir müssen unbedingt forschen. Äh, Heizung. Das hier. Pass auf. Wir warten jetzt, bis wir 30 Stahl haben. Und dann forschen wir da weiter. Verbrauch sieht immer noch gut aus. Sie machen echt gerade sehr gut. Plus, das liegt auch hier dran, ne? Ja, diese, ähm, na, weiß schon. Das heißt, wir könnten... Wir könnten sogar noch mit unserer, äh, Heizkräfte, äh, noch ein bisschen protzen. Also, noch würde es gehen. Gelegeheimen, gut, da ist eh keiner drin. Leichte Fröstbeulen, ja, ich weiß. Ich versuch das schon, äh, das Bestblöckliche. Oh, die dritte Welle. Ja, ich weiß, aber wir müssen irgendwo... Etwas zieht herauf. Okay. Sir, jetzt können wir selbst sehen, äh, wovor die Flüchtlinge geflohen sind. Der große Frost kommt. Ach du Scheiße. Wir müssen uns vorbereiten. Unsere Wissenschaftler sagen, sie können die Stärke des Sturms, äh, auf der Grundlage ihrer Beobachtung berechnen. Und sie brauchen nur ein bis zwei Tage, um die, äh, Instrumente vorzubereiten. Okay. Die Kamera sich gedreht? War doch vorher anders aus. Ähm. Ah ja, der Dings wurde repariert, okay. Hier ist anscheinend einer ausgefallen irgendwo. Mann, ich hasse das, in diesen Kohlehaufen immer reinzutappen. Zeig mir den Kohlehaufen. Da, jetzt haben wir ihn. Oh, Gott sei Dank. Meine Güte. So, 27 Leute haben wir. Das sind noch fünf Ingenieure. Okay, okay, okay. Ähm, so. Technologie. Start. Und, ähm... Rohstoffe. Und zwar ein Rohstoffdepot. Wir brauchen nur 20 Stahl. Lagerkapazität fast erreicht. Ja. Warte mal, wir könnten ja eigentlich auch mal die Zufriedenheit auch mal wieder ein bisschen... Wir können ja auch sagen... Pass auf, Jungs. Wir brauchen ja erstmal jetzt gerade nicht so lange zu arbeiten. Wenn, dann kann ich es immer noch wieder hochschrauben. Okay. So, wie sieht es jetzt mit dem Verbraucher aus? Jetzt machen wir... Naja, fast plus... Plus, minus, null. Okay. Gut. Das heißt aber, äh... Der schraubt sich auch gleich ab. So, jetzt, äh... Ja. Können wir noch eine... Ein Häuschen bauen? Da würde ich hier ganz... Das alte Zelt abreißen. Äh, bräuchte ich noch eine... Noch eine Station oder was? Weiter nach Haus. Hm, wo bauen wir sie am besten hin? Warum darf ich denn die da nicht anbauen eigentlich? Das ist keine... Doch, das ist doch hier auch eine Straße auch nicht. Wo Stoffquellen? Weil hier noch Holz liegt, oder was? Okay. Ja, mit dem Holz ist das nächste. Da müssen wir uns auch irgendwie noch Gedanken machen. So, wir machen jetzt ein leichtes Minus. Aber, äh... Wir haben hier... Sehr viel. Also, wir sind voll. Ähm... So... Dampfzentrum braucht 20 Stahl. Okay. Minus 50? Wann ist denn das wieder gesunken? Oh. Äh... Oh! Cool! Cool! Äh, 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 äh. Alter, was man da eigentlich einspornen kann, ne? Okay. Diese Sammelstelle ist anscheinend kalt. Na gut. Ich denke mal, so kann es bleiben. Verbrauch müsste jetzt eigentlich wieder bombig nach oben gegangen sein. So, die sind nicht in den, äh... Heizmodus drin, ne? Ah, ne, das Ding geht ja sowieso erst dann und dann an. Ah, ja. Okay, alles klar. So, 43 Leute haben wir noch. So, wir können hier in eine Krankenstation. Ja, okay. Die Kranken gehen jetzt langsam wieder runter. Sehr gut. Okay, Ingenieure haben wir keine mehr über. Hm, ich müsste mich langsam echt Gedanken machen wegen Stahl und Holz. So, jetzt habe ich hier mal ein paar reingeschickt, aber es wird wahrscheinlich... ...irgendwann zu kalt. Aber ich kann ja hier eine Heizung einschmeißen. Oder räume ich erst das Holz hier unten weg? Das könnte ich auch machen. Also, machen wir auch so. Äh, und hier machen wir... ...de Ströme hier an. So. 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 Ja, das gefällt mir erst mal. So, Verbrauch. Ja, wir sind noch im Plusbereich. Und ja, wir hätten auch noch, glaube ich, Kapazität nach oben. Oder? Ein Dampfkohle-Mailer. So, wir können aber das neue Gesetz mal reinschauen. Äh, dududududududu. So, Duellgesetz. Was heißt ein Duellgesetz? Ähm, Streitigkeiten zwischen Einwohnern, die täglich tödliche Bedrohung ausgesetzt sind, können mit einem Duell gelöst werden. Hm, die Möglichkeit eines Duells verringert die Unzufriedenheit. Ähm, jede spontane Duell verringert die Unzufriedenheit etwas. Manchmal sterben Einwohner bei einem Duell. Hm. Bin ich nicht so. Ein Freudenhaus. Unsere Hartarbeit und Einwohner verdienen alle Entspannungen, die wir, äh, ihnen bieten können. Und manche von ihnen treibt es die Fleischeslust. Okay. Ähm, was die Hoffnung? Prostituiere, äh, Prostituierte können in jenem Wirtshaus arbeiten, um die Unzufriedenheit weiter zu mindern. Oder Schnaps. Jede Mahlzeit mindert die Unzufriedenheit etwas. Äh, das Verzehren von Schnaps verursacht weniger Unzufriedenheit. Schnaps! Alkohol! Alkohol, na bärne, hoi! So, und jetzt, äh... Teilnehmer neu in den letzten fünf Tagen. Okay, okay, okay. Wird da jetzt automatisch Schnaps ausgeschenkt, oder wie? So, hier ist eine Lagerkapazität erreicht. Da auch. Das heißt, wir könnten... Hier noch eine Sammelstelle hinklatschen. Warte mal, was umfassten die alles? Eins, zwei... Den dritten Kohlehaufen auch? Ja. Oder nicht? Dann machen wir das so. Machen wir da noch eine Sammelstelle? Um diese, äh... Mordsmäßigen Kohlehaufen abzuarbeiten. Würde ich sagen. Guck mal, hier ist so viel drin, ja. Das ist Wahnsinn. So. Es ist auch gleich wieder, äh... Haben wir noch hier noch Prothesen? Ja. Okay, rohe Nahrung haben wir auf jeden Fall. Hm, wie? Auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit. Okay, 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 okay. War das jetzt hier was mit der Kapazität zu tun? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Hm. So, ich soll hier noch was erforschen. Die Spektroskop-Linse. Okay. Die Spektroskop-Linse. Okay. Äh. Einer ist verfügbar, okay. Dann hauen wir da noch einen rein. So, und hier gehen sie jetzt auch hin. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie warm ist das hier hinten? Naja. Könnte besser sein. Das heißt, wir könnten... Hier ist ein Dampfzentrum. Dann könnte man hier eventuell nochmal eins hinbauen. Ja, hier so dazwischen. Den könnte man an diesem Platz hier auch mal nutzen. Äh, aber sein Dampfzentrum... Mh... Sinnvoll wäre es vielleicht... Hier so hin. Räuchte ich aber wieder eine Straße. Man kann sie erstmal... Bis hier bauen. So. So eventuell. Äh... Ach, Quatsch. Das hier hinten ist das, ne? So. Weit wird's kälter. Ich brauche irgendwie mehr... Ich brüchte langsam echt mehr Holz. Mh... Und Stahl. Komm, da hauen wir jetzt mal unsere Essensration dafür raus. Äh... Treibhaus. Notiere mal bitte mehr. Das Essen ist voll. Na, das ist ja ein Träumchen. Na gut, das können sie ja trotzdem in Rohnahrung weiter... Weiter reinklopfen. Yay! Die Effektiv... Äh... Effektivität müsste besser sein. Ja, das merkt man auch sofort. Verbrauch ist top. Ähm... So, wir sollen... Bei der Signal-Dingster-Boomster... Sollen wir einen... Ähm... Ach, da oben ist das. 100 Stahl. Okay, müssen wir 100 Stahl sparen. Ich bräuchte eigentlich noch mal ein Rohstoff-Depot. Ist der 20 Stahl? Okay. Und dann müssen wir uns irgendwie mal leisten. Ich würde noch mehr coole Speichern wollen. So, nochmal zwei Arbeitsschichten verlängert. Auf Stahlwerk. Äh... Es muss einfach mal sein. Es muss einfach mal sein. Uh, Nahrung sieht echt geil aus. Okay, die kommen auch gerade nicht weiter. Gefängnis? Wie viele sind noch drinne? Keine. Okay, dann mach ich das mal so. So, erforschen. Die Eisplatte. Äh... Am Rande des Todes. Okay. Ja. Bringen wir es zur Stadt. Da haben wir sonst nichts zu tun, ne? Hm, 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 hm. Und dann schreien wir es zur Zeit, also, hm, 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 hm. nochmal irgendwie da die reichweite das ist generator reichweite dampfzentren reichweite okay also habe ich den ja eigentlich total beschissen gesetzt oh das heißt ich bräuchte hier auch noch mal ein ach quatsch warte mal müssen wir mal ganz kurz auf 100 stahlspar rennen nur der hier der bringt mir überhaupt gar nix aus der kann komplett aus der bringt mir echt überhaupt nix schön dass er da ist aber er bringt mir gerade nix ah man da haben will dann das nicht für ein zeichen so hole so das haben wir kleine eine kleine kapazität wieder du willst das machen du willst das machen äh hier bräuchte ingenieure die würde in was bauen prothesen oder einen automaton äh prothesen habe ich auch noch drei brauche ich jetzt erstmal nicht okay jetzt futtern sie einmal ganz viel nahrung was ist mit die 18 leute wollen die nichts essen bevor es ganz weg ist ich würde eventuell sogar noch einmal essens ration versuchen zu äh ein essensrations depot zu verfluseln so von diesen 18 sind jetzt nur 17 und die essens ration fallen und fallen und fallen und fallen und fallen und fallen aber diese 17 forgotten die wollen anscheinend nix keine ahnung gut äh ich würde aber sagen äh wir machen in der nächsten folge weiter an der stelle und dann kommt auch dieser kälteeinbruch ja dann werden wir wieder auf 70 grad runter gehen ähm ich bedanke mich fürs zuschauen und wir hören uns beim nächsten mal wieder au bambel tschuhu's 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 Untertitelung des ZDF, 2020